Grüße vom Kulturbahnhof Kassel. Einen schönen guten Morgen. Ich habe mir mal heute gedacht, ich fahre zum Kulturbahnhof, weil man hier auch sehr schöne Gelegenheiten hat zum Fotografieren. Was natürlich ungewohnt ist, diese Stille und diese Leere. Da ist halt hier sonst viel viel mehr los. Ich mache mal so einen kleinen Schwenker, dass ihr das seht. Ja. 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 Ein bisschen Leben. Hier steigen einige Fahrgäste aus. Oder fast alle impfen lassen oder alle Menschen und das auch einsehen, wie wichtig das ist für uns alle, dass wir irgendwann uns wieder unbeschwert bewegen können, dass wir Freiheit haben. Und ja, das würde ich mir von Herzen wünschen. Wie hieß ich diesen traumhaften Tag? Ganz liebe, herzliche Grüße an die Martina, die ja auch immer so wunderschön filmt. Natürlich steht auch der Kulturbahnenhof Kassel für Kunst. Das habe ich gerade entdeckt. Das sind Gedenksteine in Erinnerung, also Denksteinsammlung. Hier steht es auch nochmal, wo man an die jüdischen Menschen gedenkt. Bleibt bitte alle gesund. Herzliche Grüße, die Doris. Gedenksteine in Erinnerung. Gedenksteine in Erinnerung. Gedenksteine in Erinnerung. Im Unterschiede. Gedenksteine in Erinnerung.